um hallo nein auch nicht egal willkommen zu Brickforust, let's bling einfach mal weil der 24. ist dachte mir so als kleines weihnachtss special oder so was einfach so was so als geschenk und so mache ich nochmal Brickforust was hat sich denn hier getan los 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 hey einmal Gold wiss der Lüß ok ok mit einem Spiel einmal Gold ey besta besta wo gibt's hier hätt mich jetzt gewundert wenn welche online gewesen wären hier ein paar irgendwelche freunde ja habe ich gerade mir nachgesucht sind ja gerade mal online achja und einfach mal äh so weil Weihnachten ist sind jetzt einfach mal meine komplette Blockliste einfach mal wieder gelöscht so so jetzt mal gesch mal gucken das kann oh ha das wäre nice gewesen wie sich das noch gefühlt man kann es wahrscheinlich nehmen könnte es ist nur löschen schade dreißig dreißig rössigen kommt an die Brust und dort doch das wäre geil gewesen ja aber das wäre echt nicht schlecht ok gut gut genug feiert hier erstmal alle hier ich bin mal gucken ob ich sie immer noch bis kurz die Kurs 70 für alle neue ITEMS das war nicht das die hat die hat was ist hier hier will ich gucken ob ich das Ding putz doch hab ne ist abgelaufen die jubb ich wollte kurz guck ich hab mich nicht juckt Trennend und schüttet ja das ist mich nicht gut war falsch ja 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 so was gab's hier? 66 Minuten zocken nein danke hey ich hab'n Coin warum das denn? so und jetzt suche ich mir einfach nur eine schöne Waffe aus hier irgendwas mit Weihnachten hat und musste zu tun haben ob Waffen wir hatten einmal die Shooting Star hat's auch noch eine andere weihnachtliche Waffe diese wo Weihnachten strotzt ja ok dann nehme ich halt die ah da nehme ich mir mal leichte mit Ohr hier kann ich ja noch neu umgelegen kurz mal gucken in die Aktionsleiste ich hab das jetzt nicht mehr ich bin ja mal echt gespannt ob ob ich jetzt das kalte kurzen kriege mich gar nicht daran denken besonders weil ich auch meine Vermutung direkt schon am Anfang bestätigen konnte dass ich diese Folge mehr als nur einmal aufnehmen muss weil das Spiel einfach nur ja naja nicht halt so ja welche Tast hab ich da noch nicht belegt die brauchte man doch für Tucken und dann nicht die Kipslok soweit sehr gut hier war doch jetzt nicht jetzt ich mir irgendeine interessiver Stelle ich komme kurz mal aufsammeln gehen schleichen was war nun die verbergen keine Ahnung egal juckt mich nicht ne ich bin hier gibt es überhaupt keine Shortcuts das ist ja doch doof so ich bin mit so soll ich mir jetzt Herzschlagrad da mitnehmen oder ich bin mir halt dreck mit obwohl ich von dem nicht komme welche ach du mich mit Herzschlagrad da mit 50 da rein damit und jetzt gehts auch irgendwie mal los so ja das war der vollste Server so dann spüren wir nochmal runde ne das wird jetzt irgendwie glaube ich nicht so gut kommen ja dann spüren wir jetzt mal bei L mit der Weihnachtsfaffe 5 kleine Clowns ich bin oha ich hab voll vergessen wie die Mausempfindlichkeit ich hab die ja höher gestellt weil ich hab von mir angewöhnt eine Mausempfindlichkeit den habe ich gut getroffen hey das machte gar nicht es ist endlich ja aber irgendwie es kommt mir das Bild zu mega krass hoch vor also hier ist mega krass ran gesungen ja die Mausempfindlichkeit ich habe die ist über richtig eingestellt keine Ahnung still und so weiter hier auf 6 spieler jetzt mittlerweile mit aufgeblich voller Leistung meiner Maus also mit 300 60 dpi ne 3 360 das wäre ich wenig 3600 dpi das macht die eben genauer oder so so kämpfen wir mal wieder hier oben äh schnell aufdachswechseln und jetzt wieder Weihnachten Stimmung Weihnachtsstimmung naja irgendwie sollte man schon ein kleines äh Wahnsinn vorbei kommen wenn man runter fallen tut so ein fänger ist nööööööööööööör und 연습其实 hier einfach so ein Pfeil der sagt hey in so und so 4m stürze da wenn du noch weiter lagст gemeinnicht die karsten spinn ja wie ich das lieber den Sprung ein paar mal langsamer war später eh nicht mit der Realität wenn wir drei die Religion Junge ist der himmlischen Krieg zwischen den Christen und den Abba Prozent gut hin und mit der Weltkrieg oder wo habe ich gesagt natürlich ist natürlich wenn ich mir merke dass das Spiel richtig schon am Arsch ist spielte gut wie niemand deswegen noch die ganze Zeit über die die Standardmaps gespielt wenn es ihr über so eine andere mit gefreut clever gemacht clever gemacht in der Küche alles ready ich bin nicht dein Freund ich bin dein Freund ich bin jetzt einfach mal dein Freund aber was habe ich denn hier noch damit kann ich mich mal barrikadieren hier barrikadier da dran der will mich gut sehen ist ja ganz zu ganz böser guck mal nein oh schnell das schaffst du noch springt ruhig so jetzt warte ich einfach Nö! Nicht doof. Haha! Eisgesicht. Und der Weihnachtsmann empfiehlt zockt mehr Schokolade. Und niemand mag Socken zu Weihnachten. Jawohl. Welche wird denn aktiv? Oh, verkackt. Oh, Junge. Hab ich da richtig verkackt mit dem Boomers. Äh, mit dem Boom's Links. Hab der richtig verkackt daran positioniert. So, gehen wir mal schnell da runter. Oh, verkackt. Hey, ich hab sogar mehr Rüstung als 140. Gibt's irgendwie jetzt schon 1000 Rüstung, dass es so Mega-Titans kommen? Du, 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 du. Ich bin da raus im Meer und mehr übers Land. Ich bin da doof. Ho, den hab ich jetzt mal weggesnackt, weil er runtergefangen ist und kaum noch ein Leben hat. Wer es ist? Ich habe es loktiert. Neun. Jawoll. Jawoll. Meine Mission sagt, ich muss noch Nahkampfkills machen. Jo, bestes Spiel ever. Datumsortierung. Goldsortierung. Jo, alle sind supergold. Alle sind toll. Yeah, ich habe alle schon Gold bekommen. Jawoll. Check ich nicht. Na ja, jetzt mache ich etwas ganz Fatales. Ich sage jetzt einfach mal, es war gar nicht mal so schlecht. Und jetzt stütze ich gleich die Aufnahme ab und dann sage ich ihm wieder, Pechka, Brickforsen, koste mich kein Let's Play oder sowas. Ach, es gibt ja auch Schnäbele. Ich könnte die Schnäbele benutzen. Na, aber jetzt ist es spät gemerkt. Oh, jetzt gehe ich wieder vollkommen raus. Und mal hier alle weg. Da, 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 da. Guck mal, hier. Ich schau nicht. Ich brauche Nahkampfkills. Nein. practicum. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob sie ihn mit dem Primarkom-Komm-Komm-Diener irgendwie abgeschwächt oder sowas haben. Aber ich würde sagen, Auto-Yi gibt es immer noch, ne. Ey, gleich mal nachgucken. Müsst ihr immer noch da sein. Dankeschön. Freifertschei nach unten. Ping. Erdgeschoss. und schon jawohl eingekriegt ja wohl noch eingekriegt angeheilt und haben wir noch einen Arzis bekommen würden die Kielteam so mega geil mega viel besser aufploppt so ein plus ein Kiel plus ein Kiel wenn ich das viel besser zum Beispiel und jetzt so und der irgendwo steht und ich einfach irgendwo aufploppt und so ungefähr es ist es ist oder einfach HIT 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 wenn man so einen trifft anstatt dieses komische Müllkreuz was da da ist nein 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 das wird eine Braschung die haben ja... Lolly ich bin ein alterne Krieger oooohh schade ich bin ein alterne Krieger mit Lolly in der Hand ich bin ein Krieger ganz krassant ich bin nicht echt am überlegen ob ich mir einfach mal die ganzen Teile diese ganzen Rhyme die ich zusammen nehme einfach meinen Rap schreibe und andere umgekehrt der Saddux Entertainment spieler Rap Jo 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 wollt ihr was entdecken dann geht mir nicht auf den Keks äh äh lol tja Bup so 3 2 1 jawohl ey wie viele Kids brauche ich noch? 24 ja ok kriege ich nicht mehr heute hin wow 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 ey das Spiel macht tatsächlich wieder bock ey wow der hat mich eh oh schade 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 ey willst du 2 oder 2 ausfüllen? es äh es äh ich möchte einfach nur das Spiel wieder kennen im Moment mal aber wer spielt denn das heute bald? ich dachte ich dachte ich hätte oh ne 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 der hat bestimmt Schneidbau oder sowas nein 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 geht auch nicht bin ich gerade nicht gut genug für wow jo 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 da wollt ihr was entdecken ich hab gleich blaue Flecken so kurz dücken gehen und jetzt hoffen dass ich den abstaube hier ja ne 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 auch das Projekt auch schade ich hätte ein bisschen zu bau 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 er geht sogar dies war meine Kategorie nach der Abstimmung auch das das ist ja noch vollkommen in Ordnung wo auch ich hab so noch ein guten Rang Lüehrer eine Ratterratterrattern vielleicht streben sie zu ich mach mal gleich die tipps, ne? ich bin jetzt nicht, ich weiß nicht genau wie lang oder so, aber ich sag jetzt einfach mal noch ein Lapport, nein, oh ah, dieser Schnipsel war wenigstens nicht so laut, ich bin jetzt selber gemerkt aber das ist doch unfair so, jetzt warte ich erstmal ne, wir müssen anscheinend den Raum wechseln so, damit wir es fair spielen ok, ist jetzt auch nicht unbedingt fair, aber egal natürlich ist das fair es sind 3 Loser gegen 2 Pros als wenn es 2 haben wir High Ranked Player na guck mal, guck mal, guck mal der macht ja gar nix bom 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 krieg mit nem Lutscher, jawoll na, nö na, was willst du von mir wollen da meine Schleckschläger schlecken oh, ich hab gewonnen, ja ok, dann war es halt das für die Schleckschläger ja, also, ja also, ja na, du musst jetzt sagen, würd mal sagen, das war ich jetzt erstmal, ich guck mal hier noch den Fun-Server ja, hier geht überhaupt kein Fun-Server ja, hier geht überhaupt kein Fun-Server also, irgendwie scheint mir das Game so tot zu sein vielleicht mach ich wie bei Toontor noch ein paar Goodbye Folgen aber, naja, für dieses Weihnachtsgeschenkchen mal wieder eine Folge Brick Force, sag ich mal ja, heißt das auch hier sogar mit Skateboard hier bam richtig genial ne ich hätte natürlich jetzt auch noch hier irgendwie Outfit nehmen können hier Weihnachtsmütze, aber nö jetzt werden wir wieder in Anime-Crafting jetzt werden wir wieder zum Evangelion bam hat das überhaupt irgendein Boni noch gemacht ja, Sprengzeit erhöht mittlerweile haben die alle Boni ja, hat auch das geiles Wort ne, als hätt das ein Boni zum Beispiel irgendwie noch, äh, Magazin mehr oder so, dann würde ich es garantiert ausrüsten, weil äh, sieh dich, wenn du weggehst, kaum jemand also, wenn mit so einem Ding sieht dich dann immer noch etwas viel mehr oder, wie heißt jetzt das Ding, das macht ja immer noch so ein komisches Dingsbums das hat falsche Anreduziert, vielleicht mach ich mir das auch einfach und sag einfach nur ich bin der King sieht ja auch ganz geil aus ich bin der King und mach alle kaputt aber ich wollte ja eher den Peppegei haben, weil der ja irgendwie voll viele den Vorsprung dazu gibt ach, für meine Weihnachtszeit lasse ich halt jetzt mal drauf jo dann sag ich mal tschüss und ich hoffe ihr hattet Spaß mit diesem Weihnachtsspecial und frohe Weihnachten und schöne Bescherung Juhl 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 Juhl